Ich muss erstmal schauen, ob der Stream funktioniert. Dazu muss ich erstmal warten, bis Twitch rafft, dass ich streame. Schauen wir mal. So, vielleicht sollte ich vielleicht mal Dropbox beenden oder pausieren. Hier ist mal sehr merkwürdige Werbung für den Spice. Eigentlich würde ich nur wissen, ob ich mich hören kann. Deswegen rede ich einfach mal ein dummes Zeug vor mich hin und schaue mal, was passiert. Hallo, Test. Werbung für den Spice. Test, Test. Eigentlich würde ich so wissen. Ja, ich kann mich hören, wenn auch leise. Ich schaue mal, ob ich hier, wie ich hier... Deswegen rede ich einfach mal ein dummes Zeug vor mich hin. Ah, okay, verstehe. So, mache ich Titan Souls ein bisschen leise. Gut, also, ich spiele Titan Souls in ungefähr 60 Sekunden. Ich werde noch kurz bei Facebook kundtun, dass ich jetzt streame. Ich habe nämlich mir endlich ein funktionierendes Headset gekauft und habe deswegen wieder ein Mikro. So, ich kann mich hören, wenn auch leise. Das heißt... Das heißt... Ich kann jetzt auch am PC streamen, ohne dass alles stumm ist. Ich schaue mal, ob ich hier... So... Ich habe keine Ahnung... Ah, ah, okay. Verstehe. So, mache ich hier ein Ton aus? Dann muss ich jetzt nochmal kurz schauen. Um... Um, um, um... Um... Ja... Jetzt werde ich Twitch eine neue App installieren. Das klappt hier mal wieder hervorragend. Ich habe es gleich. So, schauen wir mal. Ich habe nämlich OBS noch nie benutzt, deswegen will ich gerade mal gucken, ob das jetzt auch so funktioniert, wie ich mir das denke und es jetzt auch tatsächlich was zu sehen gibt. Wenn mich jetzt die ganze Zeit nur reden hört, dann wäre das doch ein bisschen blöde. So, ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. So, tun leise. Ich kann Chatnachrichten sehen, falls welche kommen und dann mal ab dafür. Also, ganz kurz, ich spiele hier Titan Souls, mir ist leider erst nach dem ersten Boss, den ich hier unten schon besiegt habe, ist mir eingefallen, dass ich ja streamen könnte. Und das habe ich mir gerade mal im Steam Sale gekauft und es ist eigentlich ein ganz witziges Game. Es erinnert ein bisschen an, wie heißt es, Shadow of the Colossus. In der Form, dass, ja, sagen wir, die Ästhetik der Welt hier sieht ein bisschen so ähnlich aus. Das ist hohe Türme und mysteriöse Symbole und keine anderen Gegner oder Lebewesen, sondern nur Bosskämpfe. Das Besondere ist, man hat nur Pfeil und Bogen und auch nur einen Pfeil. Den kann man dann wo hinschießen und wieder zurückrufen oder zu Fuß einsammeln. Und damit bekämpft man den einen... Vielleicht, ich bin nicht besonders gut in diesem Spiel. Ich muss mir noch irgendwas mit dem Kabel hier ausdenken. Kabelage ist ein bisschen kurz, aber was soll's. Okay, das war einfacher als gedacht. Na, was passiert hat, aber wenn das nicht an Shadow of the Colossus selber nahe war, dann ist das richtig. So, Boss Nummer 2. Autsch. Före ich mal spontan gegen die Wand. Före ich mal, was passiert. Ich kann jetzt... Ich kann jetzt... Spören können. Ich kann auch... Ich hab gar nur USB-Sound gehört, aber... Wird schon alles in Ordnung sein. Zumindest schlägt mein Mikrofon noch aus. Und es leuchtet noch. Das war's. Aber zumindest habe ich jetzt, glaube ich, verstanden, was ich machen soll. Blöd. Ich glaube, mein USB-Hub macht hier irgendwie komische Sachen, weil mein Mikrofon bzw. mein Headset zwischendurch immer mal wieder ausgeht. Vielleicht sind drei Sachen ein bisschen zu viel auf einmal da dran, dass mir nicht ganz klar kommt. Das war's. Ja, roll doch, du Arschloch! Ja, roll doch. 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 Das war ein bisschen schlecht. Ist mein Stream gerade irgendwie im Sack? Ich weiß es nicht so genau. Das ist ziemlich krank. Ich weiß es nicht mehr in dem Stream. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin bestimmter Stelle dabei. Und das ist wirklich nicht mehr, dass es sich immer mehr ausreichend ist. Du hast mich ... Ich habe hier noch etwas hier runterschraubt vom Screen. Vielleicht läuft es dann flüssiger. Ich kann es mal aufhören. Ich kann es mal aufhören. Ich werde mal aufhören. Musik Maldeite Scheiße Aber jetzt soll ich ja gleichzeitig ausweichen und irgendwie auf den Schießen Ich muss stehen bleiben beim Schießen Maldeite Scheiße 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 Maldeite Scheiße